In einem SUV wie diesem Peugeot kommen Sie auf jedem Gelände sehr gut zurecht. Er hat einen Benzinmotor und eine Automatik. Dieser Peugeot ist mit einer Klimaautomatik, einem Regensensor und einem Bordcomputer ausgestattet. Haben Sie Interesse an diesem Auto? Kontaktieren Sie uns jetzt und wir stellen das Auto bereit für eine Probefahrt.